Wir haben so den Gedanken der Vernetzung. Nur gemeinsam kann man Dinge nachhaltig gestalten. Schule Global ist tatsächlich etwas, was diese Gedanken ganz stark mitbringt und uns helfen kann, das auch in die Praxis umzusetzen. Das jetzt zusammenzubringen, ist so was wie eine Win-Win-Situation. Ich war in Schottland. Ich war im Auslandsjahr in Schweden. Kanada, England. Ich glaube, dass es wichtig ist, in unserem Alter auf jeden Fall viele Erfahrungen zu sammeln. Mir hat das geholfen, weil ich bin auch eher so ein schüchterer Mensch. Aber so war ich, weil ich zwar sehr konfrontiert war mit den Leuten, bin ich auf sie zugegangen und habe das gemacht. Das hat einem so ein bisschen das Weltbild auch geöffnet. Außerdem hat es natürlich sprachlich mir sehr geholfen. Uns ist es auch ein wichtiges Anliegen, nicht nur die Schülerinnen und Schüler in die Welt zu schicken, sondern auch die Vielfalt innerhalb der Heinrich-Herz-Schule nochmal abzubilden. Was ich als sehr, sehr unterstützend erlebe, ist tatsächlich, dass wir so eine Art Coaching haben. Das ist für die Kollegen eine große Unterstützung. Es gibt jetzt hier ein Netzwerk, mit dem kann man Erfahrungen austauschen. Also auch auf dieser inhaltlichen Ebene ist das unglaublich bereichert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017